Hallo und willkommen zu unserem heutigen Video. Wir werden heute einen genauen Blick auf das Karma-unbemanntes Seevehikel, Ida, werfen, die neue Kraft der Türkei auf See. Mit seinen fortschrittlichen autonomen Systemen, hoher Manövrierfähigkeit und leistungsstarker Verteidigungsausrüstung leitet Karma eine neue Ära in der maritime Sicherheit und Verteidigung ein. Dieses Hightech-Fahrzeug, der unsichtbare Kämpfer der Meere, wird eine Revolution sowohl in der Aufklärung als auch in der Angriffsmissionen einleiten. Bleiben Sie dran, um die herausragenden Eigenschaften des Karma und zu erfahren, warum es einen so großen Schritt in der türkischen Verteidigungsindustrie darstellt. Das Karma-unbemanntes Seevehikel, Ida, ist eine hochgradig autonome Plattform, die für die maritime Sicherheit und Verteidigungseinsätze der Türkei entwickelt wurde. Karma-Ida kann eine Vielzahl von Aufgaben übernehmen, darunter Aufklärung, Patrouille, Informationssammlung und Verteidigung. Karma-Ida wird verwendet, um große Bereiche auf See schnell und effektiv zu durchsuchen, um kritische Informationen zu sammeln und die Situationswahrnehmung zu verbessern. Die Aufklärungsmissionen konzentrieren sich auf die Überwachung des Schiffsverkehrs, die Erkennung verdächtiger Elemente und die Identifizierung von Sicherheitsbedrohungen. Karma erfasst hochauflösende Bilder sowohl bei Tag als auch bei Nacht durch fortschrittliche Sensoren und Kameras. Die Erfassung der Oberfläche und des Unterwassers ermöglicht die Erkennung versteckter Bedrohungen. In Küstengebieten wird Karma regelmäßig patrouillieren, um illegale Übertritte, Schmuckgelaktivitäten oder feindliche Elemente zu identifizieren. Dank seines niedrigen Radarprofils kann Karma unbemerkt patrouillieren und die Küstensicherheit gewährleisten. Mit hoher Reichweite und der Fähigkeit, lange Missionen durchzuführen, kann Karma ununterbrochen in großen Gebieten patrouillieren. Bei der Erkennung von Bedrohungen ermöglicht die sofortige Datenübertragung an das Einsatzleitzentrum eine schnelle operative Reaktion. Karma wird auch für die Informationssammlung bei militärischen Operationen zur Zielerfassung und Verfolgung eingesetzt. Dank fortschrittlicher Kommunikationssysteme erfolgt eine sofortige Datenübertragung. Es überwacht und analysiert die Bewegungen feindlicher Elemente und übermittelt die Positionsdaten der Ziele. Karma Ida kann bei Bedarf Angriffsmissionen gegen Seeziele durchführen. Mit seinen modularen Waffensystemen kann es sowohl gegen See- als auch gegen Landziele effektiv eingesetzt werden. Dank der Fähigkeit, mit verschiedenen Waffen ausgestattet zu werden, kann es Raketen, Marschflugkörper und Maschinengewehre verwenden, um feindliche Ziele effektiv anzugreifen. Karma kann sowohl autonom als auch per Fernsteuerung Angriffe auf Ziele durchführen. Das Karma Unbemanntes Seevehikel Ida ist auch von entscheidender Bedeutung für die Erkennung und Beseitigung von Seeminen. Besonders wichtig ist es für die Sicherstellung sicherer Übergänge in strategischen Seewegen. Fortschrittliche Sonarsysteme ermöglichen die Erkennung von Unterwasserminen. Erkannte Minen können durch ferngesteuerte Fahrzeuge oder integrierte Waffensysteme beseitigt werden. Karma Ida kann elektronische Kriegfähigkeiten nutzen, um elektronische Störungen und Gegenmaßnahmen gegen feindliche Kommunikations- und Radarsysteme durchzuführen. Es zielt auf feindliche Radar- und Kommunikationssysteme ab, um deren Effektivität zu schwächen. Karma Ida kann Gegenmaßnahmen, Dekois, einsetzen, um feindliche Beschüsse zu verhindern oder umzuleiten. Karma Ida ist mit Sonar und anderen Unterwassererkennungssystemen ausgestattet, um U-Boote zu erkennen und zu überwachen. Dadurch bietet es eine effektive Verteidigung gegen U-Boot-Bedrohungen. Es verfolgt die Bewegungen von U-Booten und überträgt diese Informationen an das Kommandozentrum. Bei Bedarf kann es Angriffe auf U-Boot-Ziele durchführen. Mit diesen Einsatzprofilen hebt sich Karma Ida als vielseitige Plattform in der maritimen Sicherheit und Verteidigung hervor. Besonders seine autonomen und KI-unterstützten Fähigkeiten bieten eine effektive Lösung gegen Bedrohungen auf See. Karma Ida kann vorprogrammierte Missionen ohne menschliches Eingreifen ausführen. Diese Fähigkeit ermöglicht es ihm, unabhängig auf See zu navigieren und entsprechend dem Einsatzprofil zu agieren. Das autonome System plant, wie Karma auf See sich bewegen wird, basierend auf der festgelegten Route und den Aufgaben. Die Route wird in Abhängigkeit von Wetterbedingungen, Schiffsverkehr und anderen Faktoren optimiert. Es erkennt Hindernisse auf See, andere Schiffe, Inseln, Bojen und so weiter und meidet diese automatisch, um eine sichere Route zu gewährleisten. Karma Ida erzeugt situative Wahrnehmung und kann durch künstliche Intelligenzalgorithmen in Echtzeit Entscheidungen treffen. Diese Systeme analysieren kontinuierlich die Umgebung und bestimmen geeignete Maßnahmen basierend auf sich ändernden Bedingungen. Karma scannt seine Umgebung mit Radar-, Sonar- und elektrooptischen Sensoren und kann potenzielle Bedrohungen erkennen. Je nach Bedrohungsgrad kann es Entscheidungen zur Verteidigung oder zum Angriff treffen. Es erkennt und verfolgt feindliche Elemente oder bestimmte Ziele autonom. Bei Bedarf kann es sich dem Ziel nähern, um Informationen zu sammeln oder Angriffe durchzuführen. Karma Ida kann Aufgaben wie Aufklärung, Überwachung, Informationssammlung und Minenerkennung ohne menschliche Kontrolle durchführen. Karma kann in bestimmten Bereichen kontinuierlich patrouillieren und den Schiffsverkehr überwachen. Die autonomen Systeme analysieren gefährliche oder verdächtige Situationen und melden diese sofort an das Kommandozentrum. Karma verwendet Sonarsysteme zur Erkennung von Unterwasserminen. Es sammelt Informationen über die entdeckten Minen und kann auch autonom Minenreimaufgaben durchführen. Karma Ida kann seine Waffensysteme autonom einsetzen. Mit fortschrittlichen Sensoren bewertet es Bedrohungen und startet bei Bedarf Angriffe. Karma kann potenzielle Ziele identifizieren und verriegeln. Wenn die Bedingungen erfüllt sind, aktiviert es autonom seine Waffensysteme. Dank der einfachen Integration verschiedener Waffensysteme kann Karma das geeignete Waffenarsenal für autonome Operationen auswählen und gegen das Ziel einsetzen. Die autonome Kontrolle von Karma Ida wird durch Sensorfusion ermöglicht. Daten von verschiedenen Sensoren, Radar, Sonar, Elektrooptisch und so weiter, werden kombiniert, um dem autonomen System zu ermöglichen, präzise Entscheidungen zu treffen. Daten aus verschiedenen Quellen werden analysiert, um ein ganzheitliches situatives Bewusstsein zu schaffen. Dies ermöglicht dem System, sofort und effektiv auf Umweltbedrohungen und Herausforderungen zu reagieren. Die von den Sensoren gesammelten Daten werden in Echtzeit analysiert. Basierend auf diesen Analysen wählt das autonome System die am besten geeignete Vorgehensweise auf See aus. Obwohl Karma Ida vollständig autonome Aufgaben ausführen kann, ist es so gestaltet, dass es bei Bedarf für menschliches Eingreifen aus der Ferne offen ist. Karma kann über Bodenstationen oder Mobile-Kontrollplattformen ferngesteuert werden. Wenn während einer Mission sofortige Eingriffe erforderlich sind, können die Operatoren eingreifen. Änderungen im autonomen Missionsbetrieb oder neue Befehle können von entfernten Operatoren an Karma übermittelt werden und der Missionsplan kann schnell aktualisiert werden. Die autonome Kontrolle von Karma Ida verfügt über eine kontinuierlich weiterentwickelte und aktualisierte Struktur. Durch Arbeiten an künstlichen Intelligenzalgorithmen und Sensortechnologien werden die adaptiven Lernfähigkeiten des Systems verbessert. Karma lernt kontinuierlich aus den während der Missionen gesammelten Daten und verbessert so die Effizienz zukünftiger Missionen. Die autonomen Systeme des Fahrzeugs werden in verschiedenen Betriebsszenarien getestet und die Ergebnisse dieser Tests tragen zur ständigen Weiterentwicklung der Systemfähigkeiten bei. Karma Ida besitzt eine modulare Struktur, die eine schnelle und einfache Integration verschiedener Waffensysteme ermöglicht. Diese Modularität erweitert das Einsatzprofil von Karma und erhöht die Vielseitigkeit der Plattform. Je nach Missionsanforderungen kann Karma verschiedene Waffen tragen. Das Fahrzeug kann mit kurz- und mittelstreckigen Antischiffraketen ausgestattet werden. Diese Raketen ermöglichen präzise Angriffe auf feindliche Schiffe auf See. Mit diesen Raketen kann Karma Langstrecken und hochpräzise Angriffe auf Oberflächenziele durchführen. Es kann gelenkte Munition gegen kleine und mittelgroße Ziele verwenden. Diese Munition ist in der Lage, präzise Treffer auf Land- oder Seeziele zu erzielen. Karma Ida bietet die Fähigkeit, Torpedos gegen U-Boote zu transportieren und abzufahren. Diese Torpedos finden und zerstören mit hoher Präzision ihre Unterwasserziele. Karma kann entweder autonom oder fernsteuerbar effektive Angriffe auf feindliche U-Boote durchführen. Integrierte RCWS, Remote-Controlled-Weapon-Systems, die mit den autonomen Kontrollsystemen zusammenarbeiten, erkennen und verfolgen feindliche Ziele basierend auf Sensordaten und können autonom feuern. Das stabilisierte RCWS kann auf dem beweglichen Karma-Plattform präzise auf Ziele zielen und genaue Schüsse abgeben. FWS, fernbediente Waffensysteme, kann mit Waffen und Munition unterschiedlicher Kaliber ausgestattet werden. Systeme wie ein 12,7 mm Maschinengewehr oder ein 40 mm Granatwerfer können modular integriert werden. Fortschrittliche Technologien für Laser- und elektromagnetische Waffen, die auf unbemannten Plattformen entwickelt werden, können ebenfalls in Karma Ida integriert werden. Solche Waffen zeichnen sich insbesondere durch kostengünstige Munition und hohe Präzision aus. Laserwaffen können verwendet werden, um kostengünstige, hochpräzise Angriffe durchzuführen. Diese Systeme können sowohl gegen kleine Ziele wie unbemannte Luftfahrzeuge auf See als auch zur Verteidigung gegen Raketen und Artilleriegeschosse eingesetzt werden. Elektromagnetische Waffen bieten eine schnelle Reaktionsfähigkeit bei geringeren Kosten. Wenn Karma mit solchen Waffensystemen ausgestattet ist, kann es insbesondere eine effektive Verteidigung gegen feindliche Drohnen und kleine Überwasserfahrzeuge gewährleisten. Karma Ida kann nicht nur mit konventionellen Waffen, sondern auch mit elektronischen Kriegs- und Störsystemen ausgestattet werden. Auf diese Weise kann es feindliche Radar, Kommunikationssysteme und Sensoren außer Gefecht setzen und operationale Überlegenheit verschaffen. Das Fahrzeug kann Störsignale an die Radar- und Kommunikationssysteme feindlicher Schiffe und Flugzeuge senden und deren Zielerkennungskapazitäten schwächen. Es kann elektronische Angriffe auf feindliche Systeme durchführen und deren Kommando- und Kontrollnetzwerke ins Visier nehmen. Solche Angriffe können die operationale Fähigkeit des Feindes erheblich einschränken. Karma Ida ist mit Panzerung und Gegenmaßnahmen ausgestattet, die sowohl für Verteidigungs- als auch für Angriffseinsätze verwendet werden können. Das Fahrzeug ist mit einer gepanzerten Struktur ausgestattet, die es gegen feindliches Feuer resistent macht. Auf diese Weise verlängert es seine operationale Lebensdauer und kann kritische Missionen weiterhin erfüllen. Karma kann mit aktiven Abwehrsystemen gegen Raketenbedrohungen ausgestattet werden. Diese Systeme erkennen sich nähernde Bedrohungen und setzen Gegenmaßnahmen zur Zerstörung oder Umlenkung dieser Bedrohungen in Kraft. Karma arbeitet integriert mit fortschrittlichen Ziel- und Sensorsystemen. Diese Sensoren erkennen unter Wasser, Oberflächen und Luftziele und ermöglichen präzise Angriffe auf diese Ziele. Die fortschrittlichen elektrooptischen Sensoren der Karma können Ziele sowohl bei Tag als auch bei Nacht erkennen. Infrarotsensoren identifizieren Ziele selbst unter Bedingungen geringer Sichtbarkeit mit hoher Präzision. Zur Erkennung von Unterwasserzielen und für Torpedoeinsätze werden Sonarsysteme eingesetzt. Diese Sonare bieten eine effektive Verteidigung gegen Unterwasserbedrohungen. Das Karma unbemannte Wasserfahrzeug ist mit flexiblen und leistungsstarken Waffensystemen ausgestattet, die den modernen Anforderungen der Seekriegsführung gerecht werden. Dank seiner fortschrittlichen modularen Bauweise kann das Karma sowohl mit Überwasser als auch mit Unterwassermunitionssystemen ausgerüstet werden und effektive Angriffe auf Ziele führen. Mit seinen autonomen Kontrollsystemen und fortschrittlicher Sensortechnologie bietet diese Plattform einen strategischen Vorteil bei Marineoperationen und trägt zum erfolgreichen Abschluss der Missionen bei. Das Karma unbemannte Wasserfahrzeug ist ein Anwärter, einer der Gemschanger auf dem modernen Seegefechtsfeld zu werden. Mit seinen hochmodernen Waffensystemen, autonomen Kontrollfähigkeiten und vielseitigen Aufgabenprofil ist es eine Plattform, die die zukünftigen Seeloperationen prägen wird. Das Karma zeigt in sowohl Verteidigungs- als auch Angriffseinsätzen eine herausragende Leistung und bereitet sich darauf vor, das neue Gesicht der maritimen Sicherheit zu werden. Wenn Ihnen solche Videos gefallen, vergessen Sie nicht, meinen Kanal zu abonnieren und das Video zu liken. Bis zum nächsten Video. Auf Wiedersehen.